Hallo, hier ist wieder ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com Ich möchte heute kurz das Europa Casino vorstellen und zwar handelt es sich dabei um ein fast reines Playtash Casino auf jeden fall finden sie hier alle Playtash Spiele die man so kennt und natürlich die Age of Gods Varianten und zwar sind es zurzeit elf stück die alle mit dem gleichen Jackpot Geld belegt sind also egal an welchen sie spielen die Chance besteht bei allen elf Spielen auf den Jackpot Wie man hier sieht gibt es das Casino schon reichlich lange seit 2003 und ich kenne es auch und spiele auch schon des öfteren hier und kann mich eigentlich auch nicht beschweren Es sind gute bonusbedingungen Es ist zuverlässig das einzige was etwas schwieriger ist ist bei Playtash Casino dieser Art die Auszahlung die dauert immer etwas länger wie sonst üblich Aber es gibt noch diese down diesen download button hier oben Für alle die einen Casino die alle einen computer zu hause haben Die können natürlich sich das Casino herunterladen und sollten es auch tun weil ich zum beispiel finde dass die steuern und der spaß am heruntergeladenen Europa Casino Weitaus besser ist aber das muss jeder für sich selbst entscheiden Ich habe hier wie gesagt die borse variante Jetzt in zum vorstellen genutzt Es gibt bestimmte Promotion und Angebote immer wieder Und es wäre ist auch so dass immer eben den 100 prozent bonus Bis zu 100 euro sich einmal im monat holen muss Die bonusbedingungen sind immer sehr gut hier noch mal Aufgeführt Kann die jederzeit nachlesen Also alles ganz klar Und toll Dargestellt So wir gehen noch mal auf die hauptseite Wir hätten dann hier noch die kasse wo man Einzahlen kann es sind sehr viele Einzahlungsmethoden da Denken sie immer dran dass es keine body gibt bei den 2.1 skill und netzeller Aber sonst ist eigentlich alles da was das herz begehrt und die Auszahlungen Sind Hier genauso aufgeführt und Entsprechend möglich je nachdem wie man eingezahlt hat So hier kann man seine transaktion seine bonus code sein bonus verlauf anschauen Seine treue punkte So wie das im allgemeinen üblich ist Ich möchte auf jeden fall Allen die gern playtech spielen kann ich das casino nur ans herz legen Ich finde es ist ein tolles casino obwohl die alten Klassiker Hier alle noch drin sind und das finde ich gerade den reiz daran dass man nicht nur ein paar Spiele hat sondern eben Auch die alten noch da sind Und sich daran erfreuen kann denn vielmals ist es so Dass bei anderen casinos nur die ganz neuen die eben jetzt auf dem handy auch laufen Noch online sind und die anderen schon gar nicht mehr da vorhanden sind Hier gerade cherry cherry love ist so ein uralter klassiker Bonus bears das sind klassiker die oder hier der frankie das sind einfach Tolle spielautomaten die es zu entdecken gilt sie werden begeistert sein Auch der pink panther Ist immer wieder für einige gewinne gut Aber schauen sie selbst Ich wünsche auf jeden fall Viel glück und viel spaß Im europa casino alles was sie bedenken müssen für den bonus und wie man alles spielt Wie immer bei uns im artikel schauen sie nach am ende des videos sehen sie Wie auch unser link Also dann ich wünsche euch einen schönen abend Tschüssi eure denis